Läufst du jetzt den ganzen Tag nur noch mit deinem Champagner durch die Gegend, Martin, oder was? Läufst du nur noch mit deinem Champagner durch die Gegend und läufst dir die Leute ein, oder was? Das ist meine beste Rolle, bis sie leer ist. Das ist ja Wahnsinn. Die junge Dame kriegt auch noch einen Klop. Da bist du eine junge Dame. Erzähl mir ganz kurz, wie war die Woche? Ich habe einen unglaublichen Partner gehabt. Ich glaube, der steht hinter der Kamera gerade. Hast du, ist schwer. Vorsicht. Nein, es war nichts erwartet. Ich wollte Spaß haben. Und habe eigentlich eine meiner geilsten Wochen in meinem Leben gehabt. Und darauf nehme ich einen Schluck. Dankeschön. Was kommt jetzt noch? Erzähl mal. Jetzt gehst du paragliden, oder was? Jetzt gehe ich paragliden, habe tierische Höhenangst, habe Schiss. Ich hoffe, dass ich meine Höhenangst ein bisschen überwinden werde jetzt. Aber ich bin eh voll, insofern alles cool. Ich muss kurz ein Allogramm schreiben, glaube ich. Wie geht es denn nach dem paragliden weiter? Ja, riesen Bundesligaspiel. Spiel und Platz drei. Wahrscheinlich bin ich im Eins im Einsatz, wo ich unglaublich auftrumpfen werde. Dann habe ich erst mal zwei Wochen Ruhe. Dann Winston-Salem und New York. Super. Emse, vielen Dank nochmal für die tolle Woche. Alles Gute. Danke, danke, danke.